Hallo ihr Lieben und willkommen zu einem neuen Video von uns zwei. Noch ist es nicht vorbei. Genau, das sind die letzten gemeinsamen Videos von uns. Also kostet es aus. Ja, heute haben wir bei euch 10 Kunden, die jeder kennt. Wundert euch nicht, wir haben nicht in jeder Szene eine Maske auf, damit ihr auch unsere schöne Visage und unsere Mimik gut sehen könnt. Das wäre sehr schade, ihn zu verpassen. Ja, so. Und ja, schreibt doch mal, ob ihr auch weitere Kunden kennt. Das wäre toll. Außerdem bin ich noch bei TikTok und bei Instagram vertreten. Aktuell heiße ich dann noch Leo und Steph. Es ist traurig. Ja, aber schaut auch da gerne vorbei. Ich würde mich freuen, wenn ihr mich vielleicht auch da abonniert. Und genau, jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Zuschauen. Ja, das wünsche ich euch auch von Herzen. Tschüss. 10 Arten von Kunden. Der, der 5 Minuten vor Ladenschluss kommt. Ach, gleich Ladenschluss. Ach Gott, ich freu mich schon so oft zu Hause. Ach, ich stand auch mit Arbeiten heute. Jetzt aber hoch dich, hoch dich. Guten Abend. Ich habe hier eine lange Liste mit Dingen, die ich für meine Tochter mitbringen soll. Polina, je Tonschule. Aber Sie wissen schon, dass gleich in 5 Minuten Feierabend hier ist. Ladenschluss. Ja, aber wenn ich mich nicht irre, haben Sie ja jetzt gerade noch auf, oder? Äh, ja. Ähm, tja. Ich werde mich mal umsehen. Sie haben ja nichts dagegen, oder? Ah. Ja, das könnte es sein. Oder die. So was bauten Sie, glaube ich, auch. Die hat allerdings ein schönes Muster. Äh, Entschuldigung. Das habe ich gerade zusammengelegt. Ähm. Ja, ich muss mich ja umschauen. Ich muss mir die Teile ja angucken. Können Sie das vielleicht ein bisschen ordentlicher machen? Dann müssen Sie wohl gleich ein bisschen länger bleiben. Ja. Überstunden sind nichts Ungewöhnliches. Okay. Der Kunde ist König. Der, der zu wenig Geld mit hat. Hallo. Ach, einmal hier. Verlaufe. Öl, genau. Tee. Ja, möchte ich bitte einmal zahlen. Wie viel macht das? 20,53 Euro. 50 Cent. Huch. Da habe ich aber irgendwie was anderes ausgerechnet. Sind Sie sich sicher? Ich habe irgendwie gar nicht so viel Geld dabei. Meine Karten habe ich auch zu Hause vergessen. Verdammt. Ja gut. Was machen wir denn da? Äh, können Sie vielleicht ein Auge zudrücken? Ne, war rot späselig natürlich nicht. Ja, das ist ja jetzt äußerst unangenehm. Kann ich einfach mal einkaufen, nicht zahlen. Ähm. Entschuldigung, könnten Sie mir vielleicht 10 Euro und 11 Cent leihen. Okay, nee, sorry. Ich habe leider noch meine Karte dabei. Ja gut, dann muss ich noch was zurücknehmen. Ähm. Ja, einmal das Öl. Die Bräuchern nicht unbedingt. Ne, die wollte ich zum Abendessen essen. Aber na gut, dann gibt es halt Kartoffeln. Ja gut. Ähm. Bitte? Reicht immer noch nicht. Ähm. Gut, dann muss noch was weg. Äh. Der Tee vielleicht. Reicht es jetzt? Ne, immer noch nicht. Gut. Och, dann bleibt mir ja nur noch die Tomatensauce. Ähm. Ja, dann nehme ich die. Gut. Der Senior. Ja, das würde ich dann gerne einmal bezahlen. Das macht dann 37,12 Euro. Bitte? 37,12 Euro. 17. 37,12 Euro. Bitte? 37,12 Euro. Ach, 37? Mhm. Okay. Schau ich mal. 37,12 Euro? 12 Cent. Ja. Alles klar. Ja, wo haben wir es denn? Hier muss es doch. Das sind... Ne, das sind jetzt 20. Da muss ich nochmal... Geht gleich weiter. Ach, hier haben wir schon mal 10. Ich glaube, ich habe das jetzt nicht passend. Nochmal 10. Ach, wissen Sie was? Ich habe noch mal eine Spardose dabei. So, hier haben wir 5, 2. Wären Sie sonst so lieb und würden einmal gucken? Ähm, ja. Ich gucke nach. Der, der es mega eilig hat. Ach, ich glaube, ich habe es. Mann, was ist denn das schon wieder für eine Schlange? Das ist aber auch ein Unding. Ich habe doch nur ein paar Bananen und ein paar Nüsse. Sind wir hier im Altersheim, oder? Warum dauert es hier so lange? Wir wollen halt viele Leute einkaufen. Oh, la, Papp. Entschuldigung, Sie können da auch noch 5 Schritte vorgehen. Ich will den Leuten auch nicht so auf die Pelle rücken, wissen Sie. Krass, es muss halt vorwärts, vorwärts gehen. Oh, Mann. Entschuldigung, können Sie vielleicht noch eine zweite Kasse aufmachen? Das ist mir einfach viel zu lange. Entschuldigung, kann ich vor? Ich habe auch nicht so viele Sachen. Nee, ich habe selber nicht so viele Sachen. Unfreundlich auch noch. Also hier gehe ich nicht mehr hin zum Einkaufen. Dauert lange und die Kundschaft ist auch unfreundlich. Der, der was vergessen hat. Hallo. Ja, einmal die Bananen, bitte. Ach, da fehlt mir ein. Ich wollte auch noch Tomatensauce kaufen. Puh, so, da bin ich wieder. Hier, die Tomatensauce. Ach, meine Güte, die Palafel. Die brauche ich fürs Abendessen. Ganz kurzen Moment, ich bin gleich wieder da. So. Jetzt sollten wir es aber haben. Wie viel macht das? Oh Gott, ich habe ja gar kein Öl, um die Palafel anzubraten. Okay, ein Sekündchen noch. Es tut mir leid, ich bin irgendwie heute ein bisschen neben der Spur. So, da habe ich es. Das Kokosöl. Ach, Momentchen. Avocado, Avocado. Ja, Moment. So, jetzt haben wir es aber. Entschuldigen Sie bitte. Ich habe meinen Einkaufszettel vergessen. Passiert den besten. Ach, da war noch was. Der Corona-Gestresste. Entschuldigung, wie viele Personen befinden sich in diesem Laden? Äh, nur drei. Gut, dann komme ich rein. Okay. Oh, das sieht aber schick aus. Mhm. Hat hier wer genießt? Oh, das muss erstmal eingesprüht werden, bevor ich das anprobiere. Entschuldigung, was machen Sie denn da? Ähm, äh, Nadia kann desinfizieren. Was denn sonst? Das hatte ja vorher irgendwer in der Hand, oder? Jetzt kann ich das ja nicht anprobieren. Sind Sie verrückt? Okay. Wir haben Corona, ist das ernst? Okay. Ähm, Entschuldigung, wo haben Sie denn Sportschuhe? Die Sportschuhe, die sind gleich da hinten. Ich zeig sie Ihnen. Die sind hier drüben. Stopp! Oh, Marius! Das sind keine Einerlei, ein Meter. Oh Gott, nee. Nee, also das ist mir alles viel zu riskant. Ich gehe wieder. Die Batzen sind überall. Okay. Alles klar. Die Nervensäge. Hallo. Hallo, willkommen. Ähm, wo sind denn hier die Klamotten? Äh. Ach, da drüben. Oh, schick. Hätten Sie das noch in einer anderen Größe, bitte? Ja. Oh, und den Schlafanzug bitte in einer anderen Farbe, ja. Das wäre toll. Können Sie das schon mal auf die Seite legen? Das würde ich später nochmal ansehen. Okay. Haben Sie die zufällig auch noch von einer anderen Marke da? Ähm, leider nur das, was da hängt. Könnten Sie das mal halten? Ich kann das jetzt gar nicht richtig anprobieren und anschauen. Äh, klar. Die hier bitte auch noch. Ja, okay. Und den hier auch? Äh, hätten Sie die in 38, zwei Drittel? Und ehrlich gesagt habe ich auch zwei unterschiedliche Füße. Das wäre ganz toll, wenn Sie mir einfach zwei Nummern bringen. Die gibt's nicht in 38, zwei Drittel. Ähm, die Hose ist ja schick. Hier ist aber schon eine Naht aufgerissen. Gucken Sie sich das mal an. Können wir da irgendwie einen Rabatt ausmachen? Ja, klar. Ich muss sagen, hier ist es auch ein bisschen kalt. Haben Sie vielleicht die Lüftung an? Ich muss sagen, das Licht, das gefällt mir auch nicht. Da sieht man ja total fett aus dem Spiegel. Der, der keine Maske tragen möchte. So, jetzt schnell noch ein paar neue Sportschuhe besorgen. Wo haben Sie denn? Ah, da sind sie ja. Entschuldigung, Sie müssen Ihre Maske aufsetzen. Was? Ihre Maske müssen Sie aufsetzen. Was für ein Ding? Ihren Mund- und Nasenschutz. Äh, nee, also eigentlich eher ungern. Ich bekomme dadurch so schlecht Luft. Ja, also wenn Sie keine Krankheit haben, wo Sie jetzt was vorweisen können, dann müssen Sie eine Maske tragen. Außerdem kitzelt man eine Nase davon und dann muss ich niesen. Das wollen wir alle nicht, ne? Das ist kein Grund. Setzen Sie jetzt eine Maske auf oder Sie müssen den Laden verlassen. Was ist das denn jetzt hier schon wieder für eine Politik? Meine Güte. Ist ja gut. So, sind Sie jetzt zufrieden, ja? Auch über den Mund. Die sitzt nicht richtig. Oh, hoppala. Platt vergessen. Besser, ne? Auch die Nase, die muss vollkommen bedeckt sein. Ach, Herr Jemine. Meine Güte. Wie soll man sich das denn merken? Wo bekomme ich direkt so ein Kratzen am Hals Ihrer Dwegen? So, dann wollte ich mir mal gucken. Haben Sie die vielleicht auch noch in der 39 da? Äh, jetzt haben Sie wir ja wieder nicht auf. Jetzt reicht's mir. Entweder Sie setzen jetzt die Maske auf oder Sie gehen. Ja, dann muss ich den Laden jetzt wohl verlassen. Lieber gehe ich, als dass ich mich hier so unterdrücken lasse. Sie rauben mir meine Rechte. Das möchte ich an dieser Stelle hier noch mal ganz kurz erwähnen. Der Schnäppchenjäger. Auf geht's. Die Schnäppchenjagd kann beginnen. Na, wo waren denn die ganzen Rabatte? So, erst mal die Bananen reduzieren. Auf 89 Cent stand ein Euro. Toll. Och, und was war das noch? Ha, ja, die Orangen. Da spare ich mir auch ganze 20 Cent. Toll. Oh, was sehe ich denn hier? Ein Wasserkorrer? Für ganze 20 Euro. Na, hoffentlich. Hat der auch was. Ja, der ist auch schön. Die nehme ich auch mit. Ich glaube, das war... Oh, was? Oh, und der gute Tee kostet heute nur 3 Euro. Das ist ja richtig günstig. Ich brauche zwar keinen, aber... Ach, ich packe ihn mal ein. Hab ja was gespart. Ab zur Kasse. So, hallo. Hallo. Guter Mann, denken Sie doch daran, die Rabatte abzuziehen? Ja, natürlich denke ich daran. Oh, sehr gut. Ey, Entschuldigung. War der Preis nicht hier reduziert? Also, ähm... Da steht was anderes. Ja, das Angebot war von gestern. Sind ja aber nur 20 Cent. Von gestern? Ähm, also... Nein, das verstehe ich jetzt nicht. Warum schreiben Sie denn dann die Preise dahin? Also, das geht ja mal gar nicht. Ich möchte sofort die Filialleitung sprechen. Also, hier geht es ja um eine Menge Geld. Der Dieb. Morgen. Oh, Kokosmandelmus. Tja. Ach nein, ich kaufe es einfach nächstes Mal. Orangen, die waren, glaube ich, auch leer. Tachchen, Frau Gerhards. Hm, Tee. Hallo, Mann, Mann. Hm, ach, weißt du, ich mache das einfach noch ein bisschen fixer. Aber, damit ich nicht auffliege, sollte ich vielleicht auch was kaufen. Hallo. Hallo. Einmal die Tic Tacs, bitte. Einmal Tic Tac. Und was haben Sie in Ihrer Tasche? Ähm, wieso? Nichts ist da drin. Und der Tee da oben? In Ihrer Brusttasche? Ach so, den. Upsala, den habe ich glatt vergessen dazu zu tun. War ein kleines Versehen, Sie kennen das sicher. Äh, nein, kenne ich nicht. Könnten Sie jetzt bitte Ihre Tasche ausleeren? Ähm. Also, Sie haben überhaupt nicht das Recht in meine Tasche zu gucken? Beim Verdacht auf Diebstahl schon. Möchten Sie, dass ich die Polizei rufe? Bitte? Die wollen. Auch wissen Sie, was da fällt mir ein? Ich habe noch einen dringenden Termin. Hey! Und das war's auch wieder, ihr lieben Zuckermäuse. Aber bevor es ganz aufhört, grüßen wir natürlich wieder ein paar Leute. Ja, aber wir müssen uns ein bisschen beeilen, weil ich habe Kartoffeln auf dem Herd. Na dann, let's go. Als Essens grüßen wir Tomato, Tomato. Liebe Grüße an dich. Danke für den Shoutouts raus an Linda Willems. Auch an dich. Ganz liebe Grüße. Ganz liebe Grüße. Dann ist Paula P. Ganz liebe Grüße gehen auch in dich raus. Und einen dicken Bussi. Gewinnerin unserer Shoutouts. Also ich muss sagen, das ist ein Lebenstraum. Finde ich auch. Ja. Wie das mit dem Hashtag weitergeht, weiß ich auch noch nicht. Da muss ich mir alles noch überlegen, Freunde. Aber erstmal könnt ihr auf jeden Fall weiterhin Hashtag Team Leo und Steph verwenden. Verwenden und alles mit der Zeit. Genau, ihr Lieben. Lasst auch gerne auf diesem Kanal ein Abo da, da wir auch bald den Namen ändern. Und damit ihr uns dann leichter wiederfindet und euch unsere Videos immer noch angezeigt werden, wäre das von Vorteil. Ja. Und jetzt wünschen wir euch noch einen wunderschönen Sonntag. Ja. Habt einen tollen Tag und es ist schon dunkel und es ist gerade mal halb vier. Okay, Freunde, also macht's gut. Schüssel. Bleib fruchtig. Bleib frisch. Yes. Bye, bye. Bye.